Endlich kann ich weiterzocken. Es ist ein wenig schwierig in Stimmung zu kommen, bzw. in Horrorstimmung, wenn im Treppenhaus, ein Meter neben der eigenen Tür, ein kleines Kind unaufhörlich schreit, Anne, Anne, Anne. Das macht irgendwie die Stimmung kaputt. Gut, da es jetzt ruhig ist, kann es ja weitergehen. Schicke Matratze. Nehmen Sie doch mit. Nicht so ein Sand. Entweder sieht hier alles gleich aus, oder wir sind hier hergekommen. Ah, super. Ja, super. Ich würde ja manchmal gerne mal einen kleinen Sprint hinlegen. Was zur Hölle? Scheiße. Aber er hat hier seine Flinte. Hä? Warum? Eine Scheißratte? Hä? Wie ist das, Scheißvie? Ich bin, ich bin. Scheiße. Ich bin. Shhh. Was? Oh, fuck! Fuck, fuck, fuck! Fuck! Oh nein! Nein! Fuck! Das kann echt nicht sein! Oh, fuck! Fuck, fuck, fuck! Fuck! Jetzt bin ich nicht richtig. Habe ich dich erwischt? Fuck. Gott, verdammt! Los, wer bist ich? Nein, er hat die Maräte auf uns. Was war das denn? Oh, du Scheiße! Verdammt! Okay. Komm schon, du Arschgesicht! Wo steckst du? Hä? Hä? Was denn? Hä? Was? Nicht nur einer. Okay. Das ist für mich. Scheiße! Das war nicht so klug zu schießen, wie eingeschwärzt, oder? Einer nach dem anderen! An mir ist genug für alle dran! Nein! Oh! Ah? Okay. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Fuck. 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 Keine Schieße. Gott, verdammt! Nein! Nein! Wieso sterben die nicht? Verdammt! Nicht gut. Nein! 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 Oh mein Gott! Kommt schon Leute, beeilt euch! Wir müssen zu Mike! Na los! Hey! Ich komme kaum vorwärts, Leute! Geht doch lieber ohne mich weiter! Pussy? Oh Gott, Chris, kommst du denn klar? Ja, ja, los geht nur! Ich kann mit euch Amazonen nicht mithalten! Oh Gott, Chris, hör auf damit, okay? Wirklich, geht! Geht einfach weiter, okay? Los, spart Mike, ich komme gleich nach. Ich brauche nur eine Pause. Okay. Die Pussy. Das ist ja eine richtige Rattenperspektive. Shit! Mike hat sich hinter sich verschlossen. Kacke! Es muss noch einen anderen Weg geben. Halt! Hey! Was ist hiermit? Also, ähm, sollen wir es versuchen? So viele andere Möglichkeiten gibt's wohl nicht. Okay. Okay, das ist in etwa der letzte Ort, an dem ich jetzt sein möchte. Und wer geht zuerst? Ach, gar nicht schlecht. Meinst du, das ist der Tunnel zum Sanatorium? Ja, wo soll er denn sonst hingehen? Ich will sicher gehen, dass Chris uns findet. Hey, mit ein paar Markierungen, die den Weg weisen, könnte er uns folgen. Weißt du was? Geh vor, ich komm nach. Okay. Na ja, sehr weit vor kann sie ja jetzt nicht gelaufen sein. Diese zehn Sekunden, als sie auch warten können. Frauen. Hm. Sind die jetzt schnell weggerannt? Hat doch nur einen Pfeil gemalt. Ja. Hallo? Wer ist da? Ist da jemand? Jessica! Bist du das? Das ist völlig verrückt. Jessica. Bist du das? Bist du das? Hey! Oh Gott. Nein, 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 nein. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Echt die Hübschen. Alles nur, weil die Pussy... Abgekacktes, den schicke ich auch noch in den Tod. Ich bin die Hübschen. Stimme untersuchen, den sicheren Tod, nein, okay, ich will ihn zwar jetzt gerne mal seinem Schicksal überlassen, aber, ach ja, erbärmlich. Ich habe es versucht, was soll ich sagen? Ich habe es versucht, was soll ich sagen? Nein, 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 ich glaube, ich schaffe es, ich glaube, ich kann das. Ist wie eine Felswand. Ist das ein Scherz? Geh zurück zur Lodge. Äh, sollten wir nicht zusammenbleiben? Sam? Sam? Tut mir leid. Sorry, ich muss schnell zu Mike. Mit dir oder ohne dich. Komm einfach zurück, okay? Warum? Scheiße. Ach. Dann doch mal. Mach. Ich weiß nicht. Ach. 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 Ach, komm schon, du kannst das schaffen. Ach, ich muss da hochkommen. Geschafft. Ich hab es voll drauf. Lass mal gucken, was es da vorne gibt. Runterspringen oder da hochgehen? Das ist jetzt die Folge. Vielleicht kann man hier noch einen Hinweis finden und dann runterspringen. Scheiße! Oder da unten war ein Hinweis, man hätte wieder hochklettern können. Das kann man natürlich nicht vorahnen. Oh, fuck. Fuck. Endlich nimmt man jemand was mit, das man als Waffe benutzen kann. Und zwar noch das schon. Entschuldigung. Entschuldigung. Sperr Ellovisch. Okay. Okay. For luck. Hallo? Müsste da nicht stehen, Hinweis entdeckt oder so irgendwas. Ach so. Gut, das scheint ein längerer Weg zu sein, also sag ich mal, es geht bald weiter. Bis dann.